Ok, ich hab den abgrund gefunden Du musst eins werden mit dem blatt Ja, die erste stufe und jetzt bin ich tot Jetzt bleibt doch endlich stehen auf dem scheiß teil Das ist positives jammern Nein, das ist nicht Nein, naaah, ich werde dir all meine Leben Oh, die Farben sind ja unglaublich Das ging mir damals genauso auf dem Sack, wie es mir heute auf dem Sack geht Ich hör die gar nicht bei mir Och, ne, sind die dämlich Wie würdest du dieses Spiel mit wenig Worten zusammenfassen? Meine Augen, meine Augen Die Perspektive ist, zum Kotzen, die funktioniert nicht Ich will nicht mehr Ich hör einfach nur zu, das ist herrlich Ich hab immer am Sonntag spätestens versagt Ja, aber dann streng dich doch einmal an, dann können wir Schluss machen Ich bin durch Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Blind Gaming Review Beziehungsweise ist es heute ein Playthrough Heute geht es um Gradius 3 Das Spiel, an dem sich Namen wie zum Beispiel Parodius, die ich ja auch hier schon vorgestellt habe, in Teilen orientiert haben Dieses Video entstand im Rahmen der Unterstützergala für den Retro-Spiele-Club in Hamburg Das bespielbare Museum, in dem ihr nicht nur alte Spiele-Konsolen und Computer wie zum Beispiel Amiga oder Commodore 64 anschauen, sondern auch wirklich aktiv ausprobieren könnt Weitere Infos dazu findet ihr im Kanal, in der Beschreibung oder einfach auf retrospiele-club.de Das Spiel, das ich euch heute vorstellen möchte, werde ich wieder mittels Cheatcodes durchspielen So habe ich als blinder Gamer die Möglichkeit, dieses Spiel wirklich einmal von vorne bis hinten durchzuspielen Vielleicht nicht ganz komplett, denn Gradius 3 hat einige Bonus-Level, die es einem ermöglichen, die Endgegner der jeweiligen Stages zu umgehen Es gibt keinen Cheatcode, den man jetzt normal bei einem Modul oder so eingeben kann, um unbesiegbar zu sein, damit man das hier unbeschadete durchspielen kann Gradius 3 gehört zu den Spielen, die zum Beispiel über einen Code verfügen, den man mithilfe der Action-Replay-Module zum Beispiel nutzen kann Die Action-Replay-Module sind Module, die man in den Super Nintendo steckt, das Spiel obendrauf, das man gerne cheaten möchte Und dann gibt es eine Reihe von Codes, die man dann über das Gamepad eingeben muss, die aber auch nur im Zusammenhang mit diesem Modul funktionieren Ich nutze heute den RetroArch-Emulator und der ermöglicht es mir, nämlich auch diese Action-Replay-Cheatcodes zu nutzen In Form von Cheat-Dateien Diese liefert RetroArch übrigens immer mit Die befinden sich im Programmverzeichnis im Unterordner Cheats Es sind Text-Dateien, man kann sie auch mit dem Editor einfach editieren und die Parameter ein- oder ausschalten, die man gerne nutzen möchte Das ist vor allem dann interessant, wenn man keine Lust hat bei Spielen mit sehr großer Cheat-Struktur, sag ich mal, sich da durchzuscrollen, durchzunavigieren Um sich dann das Richtige rauszusuchen, dann am besten einmal vorher schon das Ganze sich einstellen Für alle diejenigen, die allerdings keine Möglichkeit haben, das Spiel sich, sag ich mal, zu modifizieren Werde ich gleich einmal kurz die Menüs zeigen Wer das Ganze versuchen möchte, ebenfalls blind zu spielen Die Menüs werde ich natürlich auch erläutern und euch ein, zwei Optionen zeigen, die ihr unbedingt einstellen solltet Damit ihr es ein wenig leichter habt Man muss dazu natürlich sagen, Gradius 3 ist kein leichtes Shoot'em'up Aber es ist auch keins, was zumindest vom ersten Level her nicht machbar wäre Also man kann da durchaus auch ohne irgendwelche Mogelpackungen weiterkommen Aber mehr dazu aber auch gleich Übrigens feiert dieses Spiel demnächst seinen 30. Geburtstag Am 13. August 1991 wurde Gradius 3 für den Super Nintendo von Konami veröffentlicht Grund genug, sich dieses Spiel einmal genauer anzuschauen Vor allem, weil ich ja auch schon in bisherigen Reviews und Playthroughs die Parodius-Reihe ausführlichst hier vorgestellt hatte Wir beginnen erstmal mit der normalen Menüstruktur von dem Spiel Und werden dann im zweiten Schritt die Cheat Codes einstellen So, das ist das Startmenü Ein-Player, Zwei-Player und Options Options ist an dritter Stelle Wenn man das mit Start bestätigt, dann kommt man auf einen neuen Screen Da ist der erste Eintrag Die Schwierigkeit Die steht auf Normal Nach links ist Easy und nach rechts ist Hard Wir stellen das Ganze ruhig mal auf Easy Um trotz Cheat Codes leichter durchzukommen Und das Ganze hier nicht unnötig, sag ich mal, in die Länge zu ziehen An sechster Position in diesem Menü Finden wir etwas, das nennt sich Power-Up-Auto-Mode Das kennt man auch aus den Parodius-Spielen Dort stellt man es allerdings später ein Nicht in den Options, sondern bei der Auswahl des Flugzeugs Das bedeutet, wenn man hier Symbole einsammelt Sollen sie automatisch aktiviert werden Oder möchte man das die ganze Zeit manuell machen Die Steuerung hier ist etwas blöd Der Knopf zum Aktivieren der Symbole und der Power-Ups Das ist nämlich nicht wie bei den anderen Spielen Wie zum Beispiel bei Parodius Der Knopf Y, sondern der Knopf A Das ist immer ein bisschen blöd umzugreifen Darum ändern wir das einmal auch So, mit Start kommt man hier wieder raus Und mit Start kommt man dann auch ins eigentliche Spiel So, nun hatte ich ja gesagt Wollen wir das Ganze einmal kurz etwas modifizieren Wer RetroArc nutzt, einfach mit F1 ins Menü Und dann entweder mit den Pfeiltasten Oder bei angeschlossenem Gamepad Dann mit dem Steuerkreuz nach oben gehen Nicht wundern, ihr hört jetzt wieder die Stimme der Sprachausgabe vom Emulator Genau, das bestätigt man Das machen wir auch So, und dann landen wir in eine Ordnerstruktur Und wählen einfach die Datei aus Dann sollte man einmal runtergehen auf Sofort anwenden Das einmal aktivieren Die Alternative wäre Cheats beim Spielstart anwenden Das Spiel läuft aber schon Das würde dann also nicht mehr funktionieren Wenn man jetzt runter geht, hat man die Liste der Cheats Die man anwenden kann So Das habe ich schon vorab eingestellt Ich hatte ja vorhin gesagt Die Dateien kann man auch im Editor ganz einfach ändern So, dass ich hier nicht groß noch was umstellen brauche Eine Besonderheit bei RetroArc Wo ich immer noch nicht hintergekommen bin Warum man das tun sollte Es gibt hier einen Punkt Da wird nichts gesprochen Da wird, denke ich mal, irgendwas auf dem Bildschirm zu sehen sein Irgendein Symbol oder so Da einmal mit A auf dem Gamepad bestätigen So kann man sicher gehen Dass die Cheats auch wirklich geladen werden Ich hatte schon das eine oder andere Mal Beim Ausprobieren Nämlich die Situation Dass es so nämlich nicht lief Wenn ich das nicht gemacht habe vorab Ob das wirklich immer notwendig ist oder nicht Man kann ja einfach mal auf Nummer sicher gehen Mit F1 übrigens kommt man wieder in das Spiel zurück So, und ich ziehe mich jetzt zumindest Was die Moderation anbelangt Mal mehr oder weniger aus dem Geschehen zurück Und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen bis zum nächsten Mal Das war etwas, das ich manuell aktiviert habe, den Laser. Lustigerweise ist der bei dem Auto-Modus, egal ob jetzt hier bei Gradius 3 oder bei Parodius bei allen drei Teilen, nicht mit vorgesehen. Da passiert etwas, wenn man fünf Symbole eingesammelt hat. Da kann man dann manuell noch ein bisschen nachsteuern. Aber dem Rest werde ich jetzt ganz und gar, sage ich mal, dem Zufall überlassen. Übrigens ist Gradius 3 auch wie Parodius ein horizontaler Shooter. Das heißt, für alle, die das nicht sehen können und sich auch blind einmal daran versuchen wollen, man steuert von oben nach unten, also Steuerkreuz nach links gedrückt und dann immer, würde ich vorschlagen, dann im Wechsel immer mal nach oben und wieder nach unten. Bexet, das ist eine eurem Vertraue und leise Huluge. Oh, das ist eine große Sache. Ich glaube, das ist ein bisschen zugezogen, zugezogen. Aber das ist ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020 Welt 1 geschafft! Weiter geht's, nächste Runde. Was mich gerade etwas überrascht hat, muss ich ja mal sagen, das Soundsetting ist ja schon teilweise etwas spartanisch, wenn man da wirklich mal an die Parodiospiele denkt. Und umso mehr hat die Explosion gerade doch etwas überrascht. Die war ja im Vergleich zu den sonstigen Sounds und Geräuschen hier doch sehr wuchtig. Die war ja im Vergleich zu den Garten. Wie kann das die Flasche nicht verletzen? Die ist die Flasche nicht verletzen. Die ist die Flasche nicht verletzen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh! Und auch diese Welt wäre geschafft. Und auch diese Welt wäre geschafft. Bis zum nächsten Mal. 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 Ein wenig anders. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Und auch das wäre geschafft. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war mal ein kurzes Level. Das war's für heute. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, erscheint wieder ein hohes Level. Das war's für heute. 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 Ich würde mal behaupten. Das war's. Das war's für heute. 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 Gradius. zum Beispiel Commodore 64 oder Amiga, Atari, Super Nintendo, verschiedene Handhelds und so weiter anschauen und bestaunen, sondern auch wirklich aktiv ausprobieren kann. Weitere Infos findet ihr hierzu auch auf retrospieleclub.de. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, egal wo, ob nun im Kanal vom Retro-Kompott, wo ihr diese Episode auch sehen könnt oder in meinem privaten Kanal oder auf Twitch. Und wenn das hier ausgestrahlt wird in der Gala, ich freue mich auf Feedback. Bis dahin erstmal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.